Um StreamFair zu nutzen, benötigst du einen Account. Gehe hierfür auf streamfair.de und wähle im Hauptmenü den Punkt Mein Konto. Gehe auf Registrieren. Gib deinen Vor- und Zunahmen ein, sowie deine E-Mail-Adresse. Hier kannst du noch wählen, ob du Neuigkeiten per E-Mail erhalten willst. Gehe auf Weiter, akzeptiere den Nutzungsvertrag und gib ein sicheres Passwort an. Klicke dann auf Registrieren. Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Link Anmeldung bestätigen. Du wirst nun wieder auf StreamFair geleitet. Wähle nun aus einem der vier angebotenen Abos. Beim Familienabo kannst du auf drei Geräten zugleich streamen. Bei den anderen drei Abos ist es ein Gerät zugleich. Falls du einen Gutscheincode hast, kannst du ihn in diesem Feld hier eingeben. Gib nun deine Kreditkarteninformationen an. Du kannst StreamFair 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Erst danach wird dir der fällige Betrag abgebucht. Kündigst du innerhalb der zwei Wochen, buchen wir dir nichts ab. Prüfe deine Bestellung noch einmal und tippe dann auf Jetzt zahlungspflichtig bestellen. Fertig! Du bist startklar! Viel Spaß mit StreamFair! Du bist startklar! 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 Untertitelung des ZDF, 2020